Also diese Wolfsschädelruinen, die sind extrem beängstigend, aber auch extrem cool. Willkommen zurück erstmal, Leute. Ich hab keine Ahnung, was ich hier entdeckt hab. Wolfskönigin, höre unseren Ruf und erwache. Wir rufen euch herbei, Potema. Wir rufen euch herbei, Potema. Wir müssen irgendwie hier runter. Lange schlief dir den traumlosen Schlaf des Todes, Potema. Mir wurde immer gesagt, ich solle Ruin wie dieser aus dem Weg gehen. Jetzt weiß ich auch warum. Wir rufen euch herbei, Potema. Lass die meinen an, hier geht's runter. Ah, 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 hier brennt alles. Ich war das nicht. Das war schon so, als ich reinkam. Potema, wer ist Potema? Das macht mir Angst. Ups. War ich nicht. Du schreist mich an, du Sau. Du schreist mich nicht an, das sag ich dir. Nein, sag ich. Nö, nö, nö und nö. Das sind aber ganz schön viele da unten. Weh nur, du machst das. Ich warte hier oben. Und guck mal, was der dabei hat. Gut, alles schon geregelt. Na, nehm ich mal mit. Du hast noch Gold dabei. Potema, das klingt überhaupt nicht schön. Wenn ich das mal so sagen darf. Das macht mir richtig Angst, dass hier unterirdisch so eine Schlossruine ist. Dann auch noch so eine gruselige. Wer ist da? Zonk. So holt man sich Seelen. Anvisiert und abgedrückt. Zack. Oh, Todesfürst. Ist das alles, was Sie können? Zonk. Lenkt den Kerl ab. Ich brauch hier unbedingt den Bolzen. So, danke. Also erst einmal will ich mein Gold zurück. Dann hätte ich auch noch gerne meine Bolzen wieder. Beno geht's gut. Ihr geht's gut. Alles okay. Nein. Tut's nicht. Wie unsere Worte euch rufen, bindet euch das Blut der unschuldigen Wolfskönigin. Mit Worten los. Durch den Suchen gewonnen. Was? Was tut ihr da? Ihr dummen Köpfe. Ihr könnt mich nicht eurem Willen unterwerfen. Mit Worten los. Durch den Suchen gewonnen. Verschwinde. Tut mir leid. Hört einen ins Gesicht kriegen. Hört ins Gesicht, sage ich. Ich würde sowieso. Jetzt ist aber mal Ruhe hier. So einfach ist das. Heidenei. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier reingestolpert bin, Leute. Hier stimmt etwas nicht. Es gibt einen Eindringling. Ach nee, echt. Ist da jemand? Der Spinn ist deine Mutti. Mutti, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt. Das gibt Haare aufs Maul und so. Aber Mutti macht das nur, weil Mutti nicht lieb hat. Mutti liebt dich, du Sau. Irgendwas stummt hier nicht. Ich zieh mich erstmal zurück und heil mich. Au, wer ballert auf mich? Das ist richtig nett. Zon. Kann man jetzt endlich mal gewinnen? Geht doch. Weil irgendwann gehen wir auch die Bolzen raus. Das wird sich gut enden für euch. So. Jetzt wollen wir mal gucken, was die alle so dabei haben. Du hast zum Beispiel wieder was, was ich verkaufen könnte. Schwarzer Seelenstein. Oh, das ist was wert. Was hast du noch dabei? Hör auf damit, du Ritualgöre. Zack. An den Kopf und jetzt her mit deiner Seele. So, Ritualmeister. Nehme ich mit Stahlbolzen. So, und was ist damit? Oh, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Die Flüchtlinge lesen. Rüstung verbessert. Leichte Rüstung verbessert. Naja, gut. Kann man ja ruhig auch mal machen, auch wenn ich keine leichte Rüstung trage. Kann man das ja trotzdem ruhig mal verbessern, ne? Skillis sind Skillis. EPs sind EPs. Da gibt es bald wieder Level ab und der Peter ist glücklich drüber. Das war doch jetzt wirklich sehr interessant, hier muss man zugeben. Da sollten wir vielleicht doch nochmal in Einsamkeit bei Gelegenheit mal mit den Leuten reden, was hier eigentlich los war. Mit dieser Pantama, Pandoma, was auch immer. Ich vergesse sowas immer so schnell. Mein Kopf speichert keine Namen, Leute. Pantoma oder so hieß die Göre. Ich mach hier mal auf. Bin ich denn hier gelandet? Auf jeden Fall irgendwo, wo es eine Truhe gibt. Eisenschild des Blocken, Seonstein, Jolt, Ebenerz. Du bist auch einiges wert, dich nehm ich mit. Pantoma hieß die, glaube ich. Ich weiße doch auch nicht. Hier geht's zurück in die Wolfsschädelhöhle. Und hier bin ich... Wo bin ich? Bin ich hier? Ich bin hier, aber ich weiß nicht, ob ich hier sein muss. Soll ich hier sein? Ah, hier soll ich sein, denke ich. Sieht zumindest nach einem Ausgang aus. Auf nach Himmelsrand! So, und jetzt sollten wir unbedingt nach Einsamkeit zurück. Genauer gesagt zum Blauen Palast. Ich glaube, da haben wir die Aufgabe bekommen. Mit diesem komischen Wolfsdingens. Die wollen doch bestimmt wissen, was hier vor sich geht. Also ab in den Blauen Palast. Auch wenn's alles kaiserliche Sympathisanten sind. Im Namen des Jahr. Keine Bewegung. Hä? Äh, was hab ich denn getan? Gut, bitte. Bitte, alles gut. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab. Dann könnt ihr wieder gehen. Ich bin mir gar keiner Schuld bewusst, ey. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Aber irgendwas muss ich getan haben. Vielleicht, weil ich die Thalmor gekillt hab? Kann das sein? Boah, jetzt muss ich doch schon wieder zum Palast zurück. Ich glaub ja, wo es hackt. Ich will doch nur Bescheid geben, dass da was passiert ist. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, was ist denn das überhaupt für Equesti? Das ich jetzt hier machen soll. Ich habe in der Wolfsschädelhöhle eine Gruppe Totenbeschwörer gestellt und von der Beschwörung Potemas, der Wolfskönigin abgehalten. Ich sollte nun zu Falk Feuerbart zurückgehen und ihm Berichte erstatten, okay? Der dürfte ja dann irgendwo hier oben sein. Das wird ihn bestimmt interessieren. Hi. Ihr seid zurück. Gut. Was habt ihr in der Wolfsschädelhöhle gefunden? Ein paar Totenbeschwörer haben versucht, Potema zu beschwören und zu binden. Potema selbst? Bitte sagt mir, dass ihr sie daran gehindert habt. Ich habe ihr Ritual unterbrochen. Es ist vollbracht. Ihr habt uns einen größeren Dienst erwiesen, als ihr ahnen könnt. Eine wiederauferstandene Potema. Das wäre nicht auszudenken gewesen. Gut, da habe ich ja ganz schön was geleistet. Ich bin halt doch recht wichtig. Ich sage ja immer wieder, dass ich toll bin. Mir glaubt es nur keiner. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin doch so ein lecker Schnitsche. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir ja eigentlich auch handeln, oder was? Nein, dann begeben wir uns jetzt zu den Marktplätzen hoch. Und ja, der Schlachtschloss. Ich immer mit meinem Schlachtschloss. Schlachtschloss, Mensch. Der Schlachtschloss-Schrein, der zeigt echt Wirkung. Wir können ganz schön weit sprinten jetzt. Das ist durchaus nützlich. Seht, wie ich flitz. Ich bin der Flitzer. Der Flitzer-Piet. Zack. Aua. So, jetzt geht es hier noch ruf. Guten Tag. Ach ja, stimmt. Das ist ja mitten in der Nacht. Gut, dann machen wir einfach mal acht Stunden. Dann ist es kurz nach zehn. Dann müssten ja alle da sein. Dann gibt es hier wieder Gold auf die Klotzen. Oh, er hat direkt erstmal die Armbrust rausgezogen. So macht man sich, Freunde. So, pass mal auf. Wenn du schon mal mir was verkaufst, ne? Dann nehme ich gleich noch ein bisschen Eisenbarren mit. Jetzt guck mal, was der Peter für dich hat. Wo ist denn dieser komische? Na, ich guck am besten gleich. Ey, was soll das? Wollt ihr euch schützen? Oder schaden aufteilen? Ich guck am besten gleich bei Waffen, ey. Starb der Furcht. Hier ist er doch. Eben, Erdkriegshammer. Kannst du dir nicht leisten. Du bist sowas von Pleite, Kollege. Ihr könnt jederzeit zurückkommen. Waffen oder Rüstung. So, jetzt stellen wir erstmal schön viele neue Deutsche her. Da freut sich das Herz. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Das ist doch richtig zu wissen. Die besten Waffen und Rüstungen. So, Lord Peter verkauft dir jetzt das Amulett von Mara. Herzlichen Glückwunsch. Und du kriegst noch jede Menge tolle, kaum gebrauchte Eisendolche dazu. Auch hier kommen. Ich hab heute mal einen freundlichen Tag. Das mach ich, Kollege. Das mach ich. So, gut. Wo waren wir denn stehen geblieben? Irgendwo hier hinten. Bei der Rabennamen-Schnabendaben-Höhle. Weil wir sind ja eigentlich immer noch unterwegs, um die Alde nach Hause zu bringen. Ach, Graf. Schatten ist auch am Start. Mein jutes Pony. Schade, dass einem das nicht hinterherläuft. Das hat nämlich ganz schön was auf dem Kasten. Wo das hintritt. Wenn Bandit Fax macht, kriegt er voll das Ding in die Sch... Und dann ist du im Kasten nämlich. Ah, jetzt hast du die Ambrust genommen. Guter Lümmel. Ha! Aber eine Seele gefangen. Ich bin der Seelenfänger Gustav oder so. Hä? Du kannst doch nicht einfach widerstehen. Ach, du bist schon tot. Ne, wie spät, krieg ich von dir den Bolzen wieder eigentlich? Wo bist denn du? Ach, das andere war ein Stein. Ich bin ein Depp. Song. Jo! Ich will deine Seele, du Tier. Tier ist tot. Okay, keine Seele für den Peter. Wofür auch? Wofür und wozu? Diddly du. Jetzt gehen wir hier erstmal noch was entdecken. Hier ist nämlich noch Zeug unterwegs. Irgendeine alte Ruine, hä? Schmeckt die gut? Ich weiß nicht, wie die schmeckt. Ich geh und lecke sie an, dann weiß ich's. Ich bin der Kerl, der Gebäude schleckert. Ich bin nur zu blöd, den Eingang zu finden. Und ich bin zu blöd, hier rauf zu kommen. Und der Baum versperrt mir den Weg. Elend Natur. Guten Tag, gibt's hier einen Eingang? Oh, ja. Wer bist du? Schon wieder eine Hexe. Ah! Lass das, du Hexe! Blöde Hexe, ich glaub ja, wo es hackt. Warum ist denn der Turm überhaupt so schief? Mir wird da richtig schlecht von gerade irgendwie. Geht euch das auch so? Ich werd richtig seekrank gerade, weil das hier alles so... so schräg ist. Oh, ein Expertenschloss. Lol, ich hab's auf Anhieb geschafft. Ich bin ja voll mal der Experte, ey. Leichter Schutz. Diamantring. Eben Erz, Streitachs. Ja, hab ich schon. Aber ich nehm's trotzdem mit, weil man kann's teuer verschachern. Jetzt will ich hier... Oh, ich krieg... Mir wird grad richtig übel. Ich will hier weg. Aber... Ich nehm den schnellen Weg. Eigentlich ist hier hinten ja auch noch eine Festung unterwegs, ne? Die man eigentlich mal entdecken könnte, wenigstens. Wenn man schon mal hier in der Gegend unterwegs ist. Muss man auch mal ein bisschen Sightseeing machen, oder wat? Und aber zur Pläde da hinzufinden. Meridia. Oh. Das ist ja auch noch ein ganz schönes Stück, hör mal. Da können wir ja eigentlich ruhig hier irgendwie gucken, wie wir da hinkommen. Oder auch nicht, denn ich bin irgendwie total am Arsch der Welt gelandet. Probieren wir's von hier aus einfach nochmal, würde ich behaupten. Von da aus müssten wir ja oben eigentlich auf eine Straße kommen. Genau, können wir der folgen? Der können wir folgen und dann finden wir jede Menge tolle Dinge. Zum Beispiel ist dieses komische... Was ist denn das? Soll das eine Falle sein, dieses Zeichen? Schweißet nicht, wir gucken da mal vorbei. Es gibt immer so viel zu entdecken. Ist auch schon wieder ein ganz schönes Stück weg, ne? Ach, das soll Natur sein. Hier ist irgendein besonderer Hügel. Ah, was machst du denn? Ich brauche schon richtige Power hier. Ich zünde eure Wälder an. Und euch gleich mit. Wäre ich nicht abgesoffen, hätte es auch funktioniert. Oh shit. Ich brauche einen Trank. Boah, ich brauche schon wieder einen Trank. Ja, glaube ich's denn. Ich brauche schon wieder einen Trank. Die machen mich alle. So, jetzt ist aber mal Ruhe hier verflucht. Was habt ihr hier überhaupt getrieben? Darf man das erfahren? Ist einfach nur Zweiglingsgerotze hier, oder was? Wo bin ich denn überhaupt? Was ist denn das? Hier bin ich auch fertig. Klar, Kiefernteich, na sowas. Also es ist schon spannend, was man hier mit der Zeit so alles erlebt, ne? Ich bin der Ziegenbrenner. Oh, wer hat mich angezündet? Oh, wer seid ihr? Kultistenpack! B nur, Lady irgendwas. Ich brauche Hilfe. Mirak heißt also dieses andere komische Drachenblut, ja? Oh, ich brauche schon wieder einen Trank. Was ist denn heute mit mir los? Ich bin ja total für den Hintern. Oh, ich brauche schon wieder einen Trank. Ich bin hier der Drachenblut, hör mal. Boah, ich brauche schon wieder hier. Gucke da, gucke da. Ihr werdet nicht gewinnen. Doch klar werde ich gewinnen, wenn ich nicht vorbeischlagen würde zumindest. Ach, immer diese Kultisten. Warum liegt mir hier ein Schädel rum? So, wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich dich jetzt ganz gerne ein bisschen, ein bisschen ausraupen. Und deinen Kollegen gleich mit. Oh, das kann man immerhin verkaufen, ne? Der andere Schlingel liegt hier noch am Wegesrand. Bolzen kriege ich auch noch mit. Gut, und hier hinten ist irgendeine Festung unterwegs. Das ist die, die ich finden wollte. Und die scheint auch gut bewacht zu sein. Deshalb würde ich sagen, ist es wohl das Beste, wenn wir hier ein Päuschen machen. Vielleicht können wir die ja noch entdecken, damit wir wissen, wie die heißt. Das wäre voll nett. Geht das? Ohne, dass ich auffliege? Festung Rackstart. Na sowas. Gut, jetzt ziehe ich mich mal taktisch zurück, damit der Kerl da oben nicht ausflippt. Du hast dich ernsthaft eine Ziege wiederbelebt, oder? Also, ich sage dazu nichts, außer, dass ich jetzt echt Schluss war für heute. Also das ist jetzt, das war zu viel. Macht's gut, euer Lord Peter. Ja.